Turkmenistan ist die wenigsten, die hier existiert. Aber super! Kein Tourist, also kein Null-Tourismus. Und die Jungen haben natürlich Freude gefahren. Prunkprunk! Turkmenabasi hat sich verwirklicht. In einem verdammten Tempel. Das ist ein Grenzgebirge zum Iran-Hering. Und das Brotsofen. 7 Vögel tun wie ein Farock. Schöne Vegetation. Wir transportieren das Wichtigste von diesem Land. Das Erdöl. Eine der grössten freigetragenen Kuppeln. Immer lustig auf dem Markt. Jetzt kommt gerade eine Chica an. Die Leute kennen uns nicht. Einfach. Der Reizgemeister. Immer hygienisch. Überall auf Usbekistan. Zentral Asien sind wir jetzt hier. Der Oberhammer-Tamen-Säge. Solche Gebäude sind absolut einzigartig auf der Welt und unbekannt. Unglaublich. Die Energie und Liebe, die da drin steckt wurde, mit Holz und Stein und Malereien. Und wie gepflegt das auch noch ist. Weil es keinen Staat hat, der es unterhaltet und viel Geld dafür gibt. Hallo, hallo. Bei US-Truck kamen. Ich habe schon heute Mittagessen mit Livemusik. Da haben wir irgendwelche Innereien gegessen. Das ist sehr gut gewesen. Und Livemusik hätten das für mich sparen können. Das hat man gekannt. Das war ein bisschen ein bisschen. Los, los, los! Ja, ein bisschen los! Ja? Koroa, Koroa! Nicht! Nicht! Stopp, nicht! Stopp! Wir wollten es natürlich nicht glauben. Aber es ging definitiv nicht. Nachdem es angefangen hat Regen und Schnee halb, haben wir wieder den Hegeweg angebrochen. Und es war voll steil. Lähmig und Schlieferung. Es war gar nicht mehr lustig. Wir waren in Tschikistan. Ja, da haben wir ein paar Schäfte auf der Strasse. Einflug hier war alles. Das letzte ist schon viel steil. Das ist der erste Ausgabe von Niemalaya. Die Bergsee, die ansehen. Einflug hier. Da sind meine drösten Gletscher hochgefahren. Zuerst haben wir noch eine verrückte Brücke. Das ist ein Tunnel! Das ist ein verrücktes Scheiss-Tunnel in der Mamm! Das glaubst du einfach nicht. So etwas gibt es noch in Tadjikistan. Das ist eine 4.000 Meter Grenze über die Bahre. Höhe wegen als 6.000 Meter. Das ist ein bisschen Soft und im Schlamm. Warte, warte, warte! Das ist ein gefrorener See auf 4.200 Meter oben. Das ist etwas komisches. Das ist ein Eis. Das ist heiss, wie hörst du? Das ist gerade in einer mega heisse Karte. Das ist in der Bühre. Dann ist das Gefühl mit der Fertig-Lustung. 1.900 Meter. Drei ständig Trip nach Afghanistan. Und dann... Wir mussten den Bass abgeben. Und dann haben wir über die Brücke hier die Töre gehen. Viele Kamer haben wir nicht mitnehmen. Aber jetzt noch ein paar Fotos. Hier ist es wirklich noch wie 300-400 Jahre vorne. Hier ist es so ein Heiznütz. Kein Auto. Kein Artikel, kein Strom. Hier wird alles transportiert. Von Hand noch. Die Wege sind alle in die Berge geschlagen. Hier haben wir übergewunken. Freude gehabt. Hand an selbst. Ein schönes Zeichen. Eine Karawane. Wie das hier ist eine Strasse, wo wir uns jetzt befinden. Vor Tausenden von Jahren. Immer noch gleich. Ein Kinderfest. Lustig. Ein bisschen Hewee raus. Wahnsinnig schön. Wir haben gerade den Frühling gewünscht. Ein schön grün. Spezielle Farbe. Das ist grün und der rote Dreck. Ein bisschen Kugrapp. Feiner. Dann ist wieder mal die Strasse verrutscht. Ja, ja. Ich habe das Problem, wieder ein bisschen rauszuscharen, bis es das nächste Mal verrutscht. So sieht es halt aus hier. Wenn man durch den Dirt fährt. Wenn man will oder nicht. Eben russisch, würde ich mal sagen. Versteht man nicht den Haufen. Wir sind hier in einer Jurten. Das Nomadenzelt, das auch noch 70% der Völkerung benutzt. Und so als Lebensstil oder Berufung Nomaden im Land oben zürft. Wir sind hier gerade vor dem Tugrappass. Wir sind auf 3'200 m genästig. Jetzt sind wir wieder angeklimatisieren. Beide Behördengänge, dass wir hier geschafft haben, aber zum Glück nicht zusammen geschlossen haben. Das Beken. Ich hoffe, das ist für die Olympiaden. Grosse Bazar. All made in China. Jetzt wartet uns ein von den schönsten Parks des Gebirges. Jetzt sind wir gerade vor der Kungurzeh Spitze. Hier sieht man 7'000 Vieh von der Linsen. Hier auf 2'8 oben und vorne ist es einfach bis 7'000 Vieh. Tiefe gerade auf die schöne Gletsche. Da sind wir auf die Gletsche eingewandert. Jax. Hoches Gebirgskühe. Wahnsinnig. 4'713 m über dem Meer. Auf dem Kunjar-Pass. Hier musste es auch treiben, drin das Pass in Pakistan. den Stern. Das war ja schon. Jetzt geht es Richtung Kashmir.